ja willkommen zurück zu lego star wars die skywalker saga ja mir habe schon gefühlt und endlich viele folge aufgenommen aber müssen halt immer noch nicht fertig ja ich wollte euch noch sagen wir sind gerade beim weltraum übernommen und so ich hoffe jetzt mal dass wir noch irgendwas anderes und ich meine vielleicht gibt es jetzt noch ein schiff ich weiß nicht ob ich schon alle freigeschaltet habe oder so aber da ich jetzt gerade kein normales betten von zwei spiele kamen habe ich mir gedacht haben jetzt hier noch eine raum schlacht komischerweise habe ich zehn stunde lang 90 gigabyte mal vor so einem monat oder vor drei monate oder so runtergeladen für das dass das spiel jetzt nicht funktioniert wird sich ja sowas von gewöhnt aber was stimmt das eigentlich schon wieder also diese app ist auf jeden fall richtig ranzig kann ich euch sagen naja ich wollte euch darauf hinweisen dass am samstag die letzte folge Hogwarts Legacy übrigens kommt deswegen geschaltet da unbedingt rein es wird auf jeden fall spannend das finale ich denke mal dass es jetzt auch ein paar mehr leute hier sehen weil die folge jetzt nicht unbedingt so lang geht äh da wird es noch was wo wir machen können und wenn nicht äh beenden wir einfach die folge schnell und äh startet dann nächste woche am dienstag rein denn der uploadplan wird ja verschoben um euch das kurz mitzuteilen genau es kommt jetzt bei folge star wars die woche dann das spiel auch mal endlich hundert prozent bekommen das muss natürlich auf jeden fall mal sein das muss natürlich auch mal endlich die ganze zeit zu nervig ab verschwindet okay ich glaube mir wird tatsächlich echt alle galaktische äh schiffe freigeschaltet die es gibt deswegen würde ich euch jetzt noch ein wunderschöner tag wünschen aber wir können jetzt noch kurz zum Park Gugana See oder wie auch immer der heißt schnell reise und dann äh sehen wir uns in der nächste folge dort ähm ich hoffe euch hat die 2 min 30 lange folge die jetzt dann gleich 3 min geht gefallen und ihr könnt ja mal gerne like und abo da lassen wenn ihr das wollt und dann sehen wir uns beim Park Gugana See in der nächste Folge Ciao Ciao